Das ist der krasseste Solo-Money-Glitch ever, Leute! Und denn, in diesem Glitch gibt es keine Duplikate, kein Verkaufs, nehmt oder sonst irgendwas... ...Spielliste raus und startet sie auch. Seid ihr in der Spieleliste drinnen, dann stellt ihr es hier kurz auf Hustler und dann startet ihr das Ganze. Und ja, Leute, in dieser Spieleliste ist ein fertiger Raubüberfall. Und das ist mega, Leute, denn dadurch habt ihr auch keine Wartezeit und könnt das Ding immer und immer und immer wiederholen. Wie geil ist das denn? Also sprich, wir spielen jetzt einfach den Raubüberfall durch und zwar ganz normal. Aber kleiner Tipp am Ende des Raubüberfalls, hier findet ihr einen Helikopter und könnt ihr mit Easy Entwischen von den Cops. Seid ihr den Cops entwischt und habt das Ganze abgegeben, dann habt ihr jetzt 810.000 GTA-Dollars einfach bekommen. Und by the way, Leute, wenn ihr es mit Freunden spielt, dann natürlich auch deutlich mehr, da ihr mehr Gold aussammeln könnt. Um das Ganze jetzt zu wiederholen, einfach den ganzen Glitch von vorne machen. Das bedeutet, hier gehen wir auf Fortfahren, neue Sitzung suchen und dann wird es eine Autowerkstatt und so weiter und so fort. Und deswegen, Leute.